Hallo, ihr Weikügel und damit rechts herzlich willkommen auf dem Rösten-Kanal und zurück zu Five-Line-Dolls-4. What? Nein, jetzt muss ich gerade sagen, warum haben wir immer noch den Stern zu stehen? Weil wir es jetzt schon mal durchgespielt haben, aber wir sind jetzt erst bei Nacht 3. Ist ja ein Replay, ne? Wie gesagt, Replay, ich spiel's nochmal. Ey, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tun muss. Oh, muss ich mal auf den achten, ja. Warte mal, was? Mal hergucken. Nein, ich muss ja, die Kamera möchte ich im Auge behalten. Ob da da kommt. Wir sind jetzt bei Nacht 3. Wir sind dabei noch 3, ne? Schon unglücklich. Er ist nicht da. Er ist ja. No. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Gucken, ob der Kollege hier kommt. Sie kommt, sie kommt. Nein, 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 nein. Du bleibst fort, ich sag das. Du kommst hier nicht neu. Nein. Nein. Da, la. Äh, ja, da, la. Ich komm immer die ganzen Namen durcheinander. Wieso, wenn man viele Spiele spielt. Und eh keine Ahnung hat von der Materie. Da kommt man schon halt durcheinander. Wenn nicht, dann geb ich halt den Animatorics eigenen Namen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Man muss ja da immer ein bisschen hier kreativ sein. Du, 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 du. Sie kommt. She is coming. Aber ich traue ihm da nicht. Weißt du? What? Wieso kommt sie jetzt von da? What? She came from this side? What? Ja, legt mir mal aus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die kommt von links. Blöde Kuh. What? No. She is. Aber das ist eines der Spiele, die mir gut gefällt. Die macht so richtig Laune. Ah. Nein, du, du haust ab. Er ist schon nach oben. Sie kommt jetzt auch mal wieder. Sie ist jetzt hier. Sie ist hier. Dahl. Du, du haust ab. Ich darf nur den Dahl hier nicht aus den Augen lassen. Dahl wird jetzt bald kommen, ne? Oder wer kommt zuerst? Dahl oder Dala? Dahl, Dala. Dahl. Ich finde es richtig, richtig geiles Spielchen. Vor allem, weil ich es auch kapiere, ne? Und es ist cool. Man hat nicht tausend Sachen zu, zu machen und, und trotzdem ist, kann es stressig werden. Vor allem, je später oder je länger die Nächte gehen, oder je länger, je weiter wir kommen in den Nächten, umso stressiger wird es dann, ne? Jo, 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 jo. Oder so. Oh. I like it. I like it so much, baby. Where is my friend Dahl? And this... Is this... Is this his wife? Dahl. Oh, his sister. Hey, little sister. What? Kommt es gar keiner mehr oder was? Kommt es gar keiner mehr, Bock zu kommen? Ich... Ich wollte eigentlich noch mal... Zumindest mal die Tür zu machen. What? Ch- 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 No. Ch- 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 Du bleibst weg. Jetzt hab ich schon gedacht, was ist jetzt? Ich bin einfach nur zu blöd. Ich bin einfach silly. Aaaaaah. Ich hab mich ja schon vermisst, ne? Deinen Kollegen. Lass mir lieber mal zu, die Tür. Bis er wieder weg ist. 6 Eppstrike! Oh. Ich baue wieder die Innen-Einrichtung auseinander. Night 4. Loading. Please hold the line. Eh eh. Weak weak. Ich mach mal kurz meine Fresse weg. Brauch ja auch ein Bild oder so, ne? Oh. Oh. Knapp, ne? Ah. Der Spieler wieder rum. Sie ist ja noch da. So lange brauche ich ja nur den hier am Auge behalten. Weil andere sind ja nicht unterwegs, ne? Es sind ja nur die zwei. Righty right. Du kommst hier nicht rein. Dala ist noch hier. Und Dala ist hier. Du bleibst weg. Du kommst hier nicht rein. All easy. All is easy, ne? No. No. Pih. Ich spiele mit ihm. Ne lass ich mal ein kleiner Vorsprung. Ah. Sie kommen auf jeden Fall. Sanity? What? Wieso hab ich Angst? What? Wieso steigt meine Sanity? What? Was? Wieso steigt meine Senetie? Hä? Hä? What the hell? Das kann ja lustig werden hier, ne? Freunde. Das kann ja mal richtig lustig werden. Ich muss das Licht ablassen, dann... oder nicht so viel rumlaufen. Böse. Sehr böse. Ich lass Dala einfach mal hier verhungern. Ich trau dem Frieden aber nicht. Jesus. Da ist oben. Wo ist Dala? Ich weiß nicht. Okay, das macht mich nicht verrückt. Es sind beide oben. Ruhige Nacht. Beide oben. Was? Was? Jesus. Was? Was? Also jetzt kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, was... Wie sagt man, wenn man durchdreht? I'm going to be mad I want to go to the asylum please let me in Jesus Dala it's been a bloody coup but my sanity is up I want to look at my sanity down I want to look at my sanity I want to look at my sanity Just a little bit here My sanity is very high I want to get high so high Aber dieser kleine jumpscare vom Tal Drecksack Oh baby Mach ich jetzt mal 6am und dann sind wir alle zufrieden And then we are happy I'm so happy I'm so happy I'm not happy Ich bin noch krank im Kopf What's it? die können wir noch mitnehmen oder die night 5 im jahr könnte doch nur könnte noch reinpassen würde erst mal unsere sanity hier unterkriegen das ist immer von vorteil oder muss die oben bleiben i don't know ich weiß nicht ah no no bis jetzt bin ich noch nicht einmal draufgegangen überraschung überraschung surprise surprise ist nur dala hier wieder auf dem weg aber wo wo ist sie wo ist wo ist da wo ist wo ist mit mir spiel mit mir spieler 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 tonnenweise dosen bier freggles das sind wir tonnenweise dosen bier kennen wir die fregles noch? die freggles noch die fernssehsendung mit freggles Wenn nicht, dann googelt mal danach. War eine Fernsehserie für Kinder so, so abgedreht mit so Püppchen, so die Fraggles. Und die haben immer gesagt, Fraggles, das sind wir. Und dann gab es mal, ich weiß es nicht mehr, den Namen von der Punkband, die haben dann gesagt, Fraggles, das sind wir. Tonnenweise Dosenbier. Ich komm nicht mehr auf den Namen. Punk. Ich war mal, wo ich noch jung war, in meiner Sturm- und Drangzeit. Auf einem Punk-Konzert. Von den abstürzenden Brieftauben. Kennt ihr jemanden? Kein Mensch. Der Letzte macht die Tür zu und schließt noch einmal ab, dann ist sie zu. Der Letzte macht die Tür zu und schließt noch einmal ab, dann ist sie zu. Haben sie gesungen? Ja, ich war mal jung. Ich war mal ein junger Mensch. Oh, leider. Oh, leider. Wenn man so spielt und da kommen einem immer so Erinnerungen von früher in den Kopf. Geht es euch genauso. Wenn man so wie hier so einfach so und versucht sich mit euch zu unterhalten, dann kommen die Memories wieder von früher. Wenn man einfach vergleicht, wie es heute ist, wenn es früher war. Ne? Schon hart, ne. Wie sich alles verändert hat. Wenn ich dran denke, wo ich klein war, gab es das alles noch gar nicht. Mit Computer und so. Da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dann kamen die ersten Home-Computer raus. Und mein erster Computer war ein Commodore C64. Und dann habe ich damals gebraucht, hätte mir mein Vater gekauft, gebraucht, da war ich noch klein. Gebraucht. Und er hat über 1000 Mark damals gekostet. 1000 Mark. Für einen gebrauchten C64. War ja nichts. Aber damals war das das Oh. Mit so einem schrulligen, schweren Monitor. Verstehst du? Oh, das war geil. Und dann kam die erste Playstation raus. Die ich immer noch im Keller liegen habe. Strike! Mäusern. What? Bördchen, fressen. Ich hab dich, ich hab dich zum Fressen gern. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das langt jetzt mal. Wir haben jetzt wieder fünf Nechte durchgespielt. Das nächste Mal spielen wir noch die sechste Nacht. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß an meinem Five Night at Dals 4 Replay. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für das Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaut mit meinem großen Kanal. Lasst mir doch gerne ein leichter ein Dörbchen nach oben und dann freut sich der Rosi drüber. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy live. Habt Spaß miteinander verhause nicht. Und falls ihr noch keinen Abmacht, einfach nur aufs Köpfchen drücken, press den Händen und vor. Subscribe mein Channel. In dem Sinne sagt tschöö mit dir und füger dich. und füger dich. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.